Gritrasana, die Geierstellung. Gritra ist der Geier. Die Stellung wird wie folgt beschrieben. Komm in den Lotussitz, gib einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Dann gib die Ellbogen auf die Zehen oder noch besser auf diesem Sonnengeflechtspunkt an der Fußsohle und dann gib die Hände übereinander oder falte die Hände und gib das Kinn auf die Brust. Dies ist dann Gritrasana, die Stellung des Geiers. In dieser Stellung kannst du längere Zeit verharren. Sie ist recht entspannend, so wie Geier manchmal lange Zeit warten und ganz ruhig sind, bis sie irgendetwas entdecken.